so freunde man hören kann bin ich etwas angeschlagen oder ziemlich angeschlagen geht es wirklich absolut nicht gut aber das hier wollte ich mir nicht nehmen lassen bevor ich mich ein bisschen aus youtube zurückziehe weil ich mich wirklich kurieren muss lands island haben wir jetzt ja am 26 11 21 aufgenommen haben dann komplettes let's play draus gemacht und ich muss ehrlich sagen für meinen teil die die mucke jetzt hier weg ich erstelle mal kurz ein game obwohl musik aus sie kommt wieder das hier können wir mal die liten das nennen wir mit absicht so ich erstelle erst mal kurz den character und dann komme ich mal kurz dazu was ich sagen möchte ich Prozent und Ja, also die Voids haben unsere alte Heimat kaputt gemacht und wir sind quasi geflohen oder abgehauen von dort zu den vergessenen Inseln oder vergessenen, ja Insel, Island ist ja Insel. The Lightstone Rush has begun, hoping to build a new life. Lightstones waren ja diese Steine, die wir gefunden haben in den Höhlen, die uns quasi Money und auch dabei geholfen haben, Sachen zu craften. Ja, ich muss mal gerade gucken, wie es heißt. Weil das habe ich jetzt tatsächlich auf die flotte Schnelligkeit vergessen. Aber das kann ich auch gerade in Steam nachgucken im Moment. Das Ding heißt Uncharted Waters. Also, das Spiel kam letztes Jahr 26.11. daraus im Early Access. Ich persönlich für meinen Teil habe das Spiel hart gefeiert, weil es eine unheimlich ausgereifte... eine unheimlich ausgereifte Building-Phase hat. Also, du kannst unheimlich viel craften und das auf eine ultra schöne, vielseitige Art und Weise. Es hat mir immer persönlich sehr gut gefallen, weil ich das Spiel sehr gut finde. Ich finde es grafisch wunderschön. Es ist für mich, ich will nicht immer sagen, es ist das bessere Stardew Valley, aber es liegt für mich mit auf einer Höhe. Also, Stardew Valley und Lands Island sind für mich, wenn man solche Spiele mag, so... ...mit die coolsten Story-Building-Games, die man so machen kann. Ja, wir spielen hier diesen Esoteriker. Und die Uncharted Waters war jetzt das erste fette DLC-Update, was die Entwickler gebracht haben. Wenn ich mich recht entsinne, stammt das hier von einem ganz kleinen Entwicklerhaus, was damals zu Release vom Early Access, letztes Jahr im November, ich glaube, aus zwei Personen bestand. Und wenn man mal darauf sich bezieht, was die damals für ein umfangreiches Spiel schon gebracht hatten, mit einer Storyline, mit Minen, in die man gehen konnte, mit gewissen Dingen, die ausgekleidet werden konnten, dann muss ich sagen, war das schon ein echt rundes, gutes Spiel. Keinerlei Abstürze, keinerlei FPS-Drops, nichts. Es war einfach flüssig gut spielbar. Hier ist es jetzt so, dass wir viele neue Sachen bekommen haben. Zum allerersten Mal haben wir endlich eine Map, eine fucking Map. Alter, was habe ich das damals gehasst, dass man keine Gag-Scheiß-Map hatte. So, jetzt haben wir eine scheiß Map. Finde ich super. Jetzt haben wir auch hier oben ein Getting Started-Ding. Und was auch cool ist, wir können jetzt fischen, fischen, also angeln, gab es aber schon in einem vorherigen kleineren Update. Das ist nicht neu, das ist jetzt erst, das ist nicht neu dazugekommen. Aber man kann es machen, ich feiere es hart, es ist so geil. Wir haben Seeds, ich glaube, die hatten wir damals aber auch schon. Nur nicht in so einer einzelnen Rubrik, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir haben wieder unsere... Entschuldigt bitte, es geht echt nicht gut, aber ich muss es machen. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall durchsuchten. Dieses Let's Play fand ich damals schon geil. Und ich werde es auf jeden Fall jetzt wieder spielen. Und ich werde es auch so weit spielen, bis wir alles gesehen haben. Unsere Steintafel, also unsere Mineralientafel. Dann haben wir hier unser Essenszeug. Oh geil, es gibt auch Muffins. Es gibt Kuchen. Es gibt Suppen. Okay, es gibt jetzt auch Tränke, die man herstellen kann. Also man sieht, die Entwickler haben in diesem einen Jahr unheimlich viel gemacht. Und das finde ich für den Early Access echt cool, wenn die was machen. Wenn die was machen, wo man halt sieht, da passiert was. Und das, wenn... Weil das passiert bei vielen Early Access Titeln halt nicht so. Und das ist hier halt anders. Ja, wir haben unser Crafting-Gedönsrat. Mit Möbeln, mit Farming-Urtensilien, mit Crafting-Storage-Geschichten. Und unser Hausbau natürlich. Und den Hausbau, der ist halt einfach ultra geil in diesem Spiel. Dann haben wir auch ganz neu ein Skill-Tree. Das finde ich auch sehr geil. Da bin ich echt mal gespannt, was sich daraus wirken lässt. Und was man da machen kann. Second Chance, gain a free review after death every 40 minutes. Geil, alter. Activate Skills. Achso, dann können wir hier... Ja, okay, verstehen. Ja, als erstes müssen wir explore the map. Das haben wir gemacht. Visit the Major. Da wird es hier wahrscheinlich irgendwo was geben, wo man ein Vor oder sowas findet. Hier scheint ein kleiner See zu sein. Ich könnte mir vorstellen, hier mein Haus hinzusetzen, weil Wasser ist halt immer gut. Gut, gehen wir erst mal dieses Major suchen. Dadurch, dass ich hier nicht wieder alles von neu an spielen muss, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Weil ihr halt, für die neu dazu gekommen sind, das Spiel noch nicht kennen, nicht mehr so viel erklärt bekommen. Also viel erklärt bekommen von mir, aber ich für mich nicht mehr viel exploren muss. Ah, guck an. Dementsprechend kommen wir hier relativ schnell rein. Bridgewater. Hieß so auch nicht das Kaff in dem anderen Gedöns. Da steht schon einer. Good day. Need a hand? What is this place? This is Bridgewater traveler. My name is Geralt. I am the Major of this corner of the world. Okay. Ich glaube, das muss man nicht erklären. Das ist relativ selbsterklärend. If you're sitting on the islands, beware of the darkness that lurks beneath. Many travelers come to Bridgewater, but very few stay. Please donate any spare building supplies at the town of this port. We just need resources to rebuild and upgrade the town. If you help me build Bridgewater back up again. I clear new plots of the land and city to move on. Ah, okay. Wir haben hier also wieder so Laufburschen-Missionen, schätze ich mal. Ah, okay. Hier kann man quasi das ganze Zeug updaten. Town Level, House Plots, Village, Close Upgrade. Ah, okay. New Shop, Furniture Builder. Okay, das ist cool. Das ist nicht direkt... Was ist das? Das sind Einwohner oder was? Backpack Upgrades. Der verkauft Zeug. Und Geralt. Ja, und zwei Frauen. Die verkauft Samen und anderes Zeug. Blueprints. Thick Pot. Thall Pot. Video Pot. Skill Tree Reset. Okay, ach krass. Guck mal, kann man auch sein Skill Tree Reset. Unknown. Okay. Also keine Laufburschen-Dinger, sondern eher Sachen farmen und dafür was Neues bekommen. Okay. Mal gemacht. Find ich gut. Das ist das, was dem Spiel auch wirklich noch gefehlt hatte. In vielen Spielen wie Dying Light 2 zum Beispiel hat es mich am Ende nur noch angekotzt. Ich vergleiche kein Dying Light mit Lands Island. Aber Dying Light 2 am Ende war es halt wirklich nur noch Lauf von A nach B, kill ein paar Zombies oder find irgendwas, bring mir das und du bist ein geiler Typ. Das sind so Sachen, die hasse ich wie gepasst. Deswegen spiele ich auch kein WoW. In WoW ist das auch so. Finde 50 Federn und bring mir die. Und du kriegst so viel Geld und Erfahrung. Das ist nervig. Das sind Spiele, das sind... Also, WoW war mal ein wirklich geiles Spiel. Ich hab das jahrelang gezockt, aber mittlerweile ist das einfach nur noch für den Arsch. So, wir müssen auf jeden Fall hier ein paar Sachen finden, weil wir uns auch ein bisschen der Kohldampf bald. Ja, völlig bitte. Ja, das kennen wir schon. Also, für die, die es nicht wissen, wenn wir zuschlagen, sieht man immer so einen Kreis, der da aufploppt. Und in dem Moment, wenn der Kreis kommt und man drückt dann wieder die Maus, macht der einen Crit-Schaden. Wenn man das immer wieder macht, fällt man halt so schneller Bäume und alles andere. Ich glaube, dass das hier aber eine ganz gute Ecke wäre, um ein Haus zu bauen. Oh, hier ist auch ein Fischschwamm drin. Das ist natürlich sehr nice. Gut, wir farben uns erst mal ein bisschen kaputt. Weißten wir irgendwie mal ein paar Beeren oder sowas finden. Okay, hier unten haben wir auch schon was. Ich finde es da aber einen Haufen Glas, ey. Sehr geil. Ist man so nicht gewöhnt von dem Spiel. Jo. Ah, da gibt es ja nicht was zu essen. Ne, das sind Rosen. Aber, auch geil. Rosen sind teuer, wenn man die verkauft. War zumindest vorher immer so. So, jetzt haben wir wenigstens was zu kauen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen was zu essen. Dann gehen wir jetzt mal gucken, dass wir eine Hütte bauen. Ich denke, das wird heute in der Folge das erste, was ich mache. Ein Haus bauen. So ein kleines Haus. Kein nix, ein bescheidenes kleines Heim. Ich bin mal gespannt, wie viele Lands Island Verfechter hier noch auf dem Kanal unterwegs sind, weil es ja wirklich lange gedauert hat. Und dieses Spiel hat mir am Anfang wirklich dabei geholfen, eine gewisse Größe zu erreichen. Und ich habe euch versprochen, wenn was Neues kommt, machen wir weiter. Und das ist jetzt der Fall. Das Haus, was ich damals hatte, war einfach geil. Also, das würde ich mir tatsächlich auch selber so bauen, wenn ich irgendwo in der Wildnis hänge. Wenn das dann wirklich wäre. Aber das Problem ist, man hatte da irgendwie Elektrizität. Und das ist natürlich schwer umsetzbar und so. Das sind dann eben so Sachen, wo man weiß, das ist vielleicht nicht machbar, wenn du irgendwo in Kanada in den Busch hängst. Oder Australien im Busch und man kann an den Bergen so. Jetzt wird es auch bald dunkel. Ihr dürft euch jetzt hier nicht zu viel versprechen. Zu Beginn hat man erstens noch nicht alles, was man so zum Bauen benötigt. Und zum Zweiten ist es halt noch ein bisschen bescheiden. Aber ihr seht ja allein an solchen Sachen hier schon, wie umfangreich das werden kann. Und man kann hier sehr kreativ bauen. Also man kann sehr schöne Häuser bauen. Und das ist schon echt eine coole Geschichte. So, erstens brauchen wir mal einen Untergrund. Okay, das geht schon gar nicht. Hä? Moment. Wieso kann ich hier keinen Boden hinsetzen? Ist ja jetzt nicht das unebenste Land. Boah, das ist immer ein bisschen nervig gewesen mit dem Bauen. Ah, Moment. Ach, Moment. Wir müssen hier hin, ne? Hä? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das nochmal geht. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das überhaupt irgendwo hinsetzen kann. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Every home starts with a good foundation. Ah, okay. Wir müssen die Foundation bauen. Dafür brauchen wir Steine. Gehen wir uns die mal eben holen. Weil Penn tut er tatsächlich erst dann, wenn ich es ihm sage. Das sind keine Steine, das ist Lehm. Aber wenn wir uns schon mal hier sind, können wir es auch direkt mitnehmen. Steine, Steine, Steine. Ich hoffe, ich kriege auch relativ schnell ein Lämpchen. Kann man das? Nee, ne? Nee. Da sind Steine. Das war damals schon immer voll der Kampf, Steine zu finden. Weil Steine, es ist, wie ich sage, dass die rar sind. Aber es war schon echt schwierig, die zu finden. Ich musste da schon seine Hotspots kennen. Zum Glück spawnen die Teile mit der Zeit nach. Na, jetzt sieht man hier, Brüder, hier sieht gar nichts mehr. Okay, wartet. Ich baue mir mal schnell ein Bett. Dann will ich mal schlafen, dass wir mal morgen bekommen. Bauen wir hier mal schnell ein Bett hin. Das scheiß Bett kann ich auch nicht bauen, oder was? Ja. Das tut mir gerade echt leid. Ihr seht, glaube ich, nicht die Welt. Kohle brauche ich dafür. Okay, jetzt kann ich aber zumindest schon mal hier so. Ach, Mann. Mit diesem Baumenü muss ich erst mal wieder klarkommen. Okay. Okay. Damit kommst du jetzt ab, ne? Nachdem man das erste gesetzt hat. Du bist auch ein bisschen beknackt. So, das reicht erst mal. Träppchen. So. Da ein Bett. Bett. Bett muss be enklosed. Echt? Echt? Muss ich da jetzt erst eine Wand drum setzen? Enclosed? Heißt das? Ist das so? Okay. Ja, jetzt haben wir der Tag. Ist natürlich jetzt gerade absolut nicht viel, aber es ist ein erstes Heim. Das werden wir aber gleich mal ausbauen werden, weil das ist mir zu klein. Okay, wir brauchen erstmal wieder ein Zeug. Mal nach Steinen suchen, indem unterwegs ein bisschen Holz wird. Ich hoffe wirklich, wenn ihr euch das hier anguckt, dass ihr auf entspannte Spiele steht, weil das Spiel ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schon sehr entspannt. Wir können das hier übrigens auch mal gerade versuchen auf Ultra zu stellen, um mal zu gucken. Das Stand ist gut, aber es ist krass, wie ein bisschen besser aussieht. Okay. 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 Jetzt machen wir uns. Doch. Ich erinnere mich auch hier ein bisschen an Seven vs. Wild. Wo es irgendwie eine Woche lang nur mit einer Handvoll Blaubeeren auskommt. Okay, Leute, es waren auch ein paar Steinpilze dabei. Es waren auch ein paar Insekten dabei. Aber auch nur, weil es die Challenge war. Also ich gucke gerade die erste Staffel und bin ich bei Folge 12 oder so. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so begeistert wie die breite Masse. Das ist gut, also es ist okay. Aber es ist jetzt nichts, was mich völlig aus den Socken haut. So, jetzt dürften wir auf jeden Fall ein paar Steine mehr haben. Wir haben übrigens auch direkt schon zu Beginn die Möglichkeit hier oben. Oder ich weiß gerade nicht genau wo. Irgendwo wartet. Ach guck mal, unser Bett wird auch angezeigt. Cool. Die Möglichkeit direkt in so eine Höhle zu gehen. Ich weiß nur gerade nicht ganz genau, wo und wie und überhaupt. Ach guck mal, da ist noch ein Fass, oder? Ne. Gibt es übrigens auch Fässer, die mittlerweile im Wasser schwimmen. Und die kann man dann an Land bringen. Und kann die auch kaputt schlagen. Also das sind halt Informationen für die, die das Spiel selber gespielt haben. Die wissen, dass das halt grundsätzlich nicht geklappt hat normalerweise. So, äh, F. Hier ist so, ach man. Das Baumenü ist nicht scheiße, aber man muss sich halt erstmal wieder dran gewöhnen. So, F, zack, recyceln. Oh, Mensch. So, F, zack, recyceln. Um das dann sehen zu können, muss man hier hin. Okay, kommit. So, das heißt jetzt eigentlich schon, dass wir voll sind. Ja, jetzt brauchen wir schon wieder Holz. Äh, okay. Das ist übrigens ein Spiel, in dem man springen kann. Finde ich sehr nice. Ich bin im späteren Verlauf wirklich mal darauf gespannt, wie wir das gefixt haben, mit den, äh, Ressourcen, die irgendwie im Boden stacken können. Irgendwie ist das Spiel ziemlich laut für euch, kann das sein. Und ich bin sehr leise. Mal gucken, können wir das irgendwie besser hin? So, wollen wir mal gucken. Ähm, ich mach mal grad. Klein ticken leiser. Ja. Jetzt dürfte das eigentlich einigermaßen ausgeglichen sein. Wenn ich meine Stimme wieder hab, dann ist das was anderes. Ist halt nur grad ein bisschen doof, weil ich einfach nicht wirklich laut reden kann, weil mir echt hier in dem Bereich alles wehtut. Ich bin heute Morgen auch ein bisschen mit Fieber wach geworden. Also, das ist zum Kotzen. Aber die Leute, die sich so ein bisschen draußen bewegen, wissen, dass gerade so eine richtig fiese Grippe umhergeht. Weil bei uns auf der Arbeit hatten irgendwie vier Leute, nee, zwei oder drei Leute Grippe und das ist echt schon, äh. Ja, Cortana, ich möchte dich aber nicht haben. Ich hab mir grad mal mein Windows rausgeprockt. Oder reingeprockt. Ich will das Holz da noch. Fix aber nicht. So. Ja, jetzt haben wir zumindest mal das Grundgerüst. Die Fläche für die Schildanfang, okay. So, ähm. Mö, das ist echt nicht verschieden. Okay. Das gibt's ja nicht. Das find ich blöd.